Du bist unterwegs und hast gerade kein WLAN, musst aber dringend von deinem Laptop aus ein Dokument verschicken. Aktiviere einfach Mobile Hotspot auf deinem Galaxy Smartphone und schon kannst du es als sogenannten WLAN Access Point nutzen. Ziehe einfach die Schnelleinstellungsleiste nach unten. Hier findest du unter anderem das Symbol für Mobile Hotspot. Halte das Symbol etwas länger getippt, um die Einstellungen aufzurufen. Hier kannst du die Funktion direkt aktivieren und nutzen. Du hast die Möglichkeit, einige Einstellungen zu ändern wie den WLAN-Netznamen, das Passwort und du kannst sogar das gewünschte Frequenzband einstellen. Mit Auto Hotspot gibst du den Zugang automatisch für deine anderen Geräte frei, wenn du darauf mit demselben Samsung Account angemeldet bist. Tippe auf den Schieberegler, um den Mobile Hotspot zu aktivieren. Du kannst nun in den WLAN-Einstellungen des anderen Geräts das neu hinzugekommene WLAN-Netzwerk auswählen und dich mit dem Passwort anmelden. Oder du nutzt den QR-Code. Tippe auf das QR-Code-Symbol. Nun kannst du mit dem anderen Gerät den Code scannen und automatisch die Verbindung herstellen. Über das Weitere-Optionen-Symbol kannst du noch weitere Einstellungen wie Timeout und WLAN-Freigabe auswählen.